Hallo und herzlich willkommen bei Random Talks oder Dion Talks, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir ja Unlimited Users, ist ja auch ein bisschen geklaut von Nostara Foros. Und auf Nostara Foros gibt es die großartigen Herodes Talks, wo Herodes immer ein bisschen was zu bestimmten Themen sagt. Und ich dachte, ich klaue mir einfach diese Idee. Er hat es vielleicht auch selber unter meinem letzten Video gepostet, dass ich das auch machen soll. Und es ist eine super Idee, aber ich dachte, ich mache es ein bisschen anders. Ich erzähle immer was zu einem Gegenstand aus meinem Zimmer, weil ich habe viele Sachen, wo einfach eine Geschichte dazu ist, warum ich diese Sachen noch habe. Weil eigentlich sind da hier einfach nur random Sachen rumliegen. Zu jeder gibt es eine bestimmte Geschichte. Zum Beispiel habe ich hier oben so einen Schokodrink. Das erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal. So, wichtig bei Random Talks, es geht immer nur eine Minute lang. Also jetzt bin ich schon auf einem finalen Sprung sozusagen. Gleich muss es vorbei sein, sonst ist es kein Random oder Dion Talk. Mal gucken.